Herzlich willkommen zu Grundlust Gründe, ein Format, das dazu dient, damit ihr Leben zum besten Lehrer wird. Und wie erreichen wir das? Wir beschäftigen uns mit Unterscheidungen, das sind mentale Orientierungen, die uns helfen, uns zu entwickeln. Und heute geht es um Martin Luther, aber wer schon öfters geguckt hat, es geht nicht um die Person, sondern um die Idee von Martin Luther. Und was hat er gebracht? Nun, er hat Veränderung gebracht in die katholische Kirche und haben die mit offenen Armen die Veränderung angenommen oder sind die erstmal ziemlich auf Widerstand gegangen? Also, was wollen wir von Martin Luther lernen? Er hat die Veränderung durchgezogen, hat die Widerstände überwunden und heute wollen wir lernen, wie wir denn die Widerstände überwinden, wenn wir uns verändern. Herzlich willkommen zu Grundls Gründe. Am 10. November wäre Martin Luther 535 Jahre alt geworden. Mann, ist das lange her. Und am 31. Oktober 517 soll er, das ist umstritten, seine 95 Thesen in Wittenberg der Schlosskirche angeschlagen haben. Nun, was hat er gemacht? Er hat sich gesagt, so geht das nicht, das muss sich ändern, da muss sich etwas ändern, es wird sich etwas ändern und das ist mein Vorschlag und das würde ich gerne umsetzen. Nun, wir wissen, es ist, ja, eine Entzweiung kann man nicht sagen, aber es sind zwei Wege aus der Kirche entstanden, die ja heute noch existent sind und natürlich sind Bemühungen, das auch wieder zusammenzuführen. Aber da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen hin, was passiert, wenn wir etwas verändern. Ist schon mal aufgefallen, Sie waren auf dem Seminar oder nehmen sich etwas vor und wenn Sie etwas für sich ändern, heißt es ja, dass das auf das Umfeld wirkt. Und ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass das Umfeld dann irgendwie will, dass Sie die Veränderung rückgängig machen. Das erscheint ein unbewusster Pakt zu sein, bleib so, wie du vorher warst. Und das wollen wir uns mal in der heutigen Unterscheidung angucken. Es geht einmal um den Veränderungswillen, denn ich glaube, dass viele Menschen eigentlich einen Veränderungswillen haben. Das ist eine Einsicht, das muss sich irgendetwas ändern, auch im Umgang mit anderen. Also ein Beispiel aus unserer Lean-in-Simple-Seminarreihe ist zum Beispiel, Menschen sind sehr Aufgaben-Tun-orientiert. Und dann reden wir mit ihnen über Ergebnisorientierung und sie sagen, aha, ich möchte Ergebnisorientierung übernehmen und wollen so mit anderen kommunizieren. Jetzt kommen sie aber nach Hause und reden mit dem Umfeld. Und dort gibt es eben die Widerstände zu dem Veränderungswillen. Und was passiert jetzt? Gut gemeint kommt man nach Hause, kommuniziert in Ergebnisorientierung und die Klarheit, die Ergebnisorientierung bringt, ist etwas unbequem für das Umfeld. Und das Umfeld arbeitet daran, damit dieser Veränderungswille wieder wegbricht. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, jemand führt sehr viel über Nähe und merkt, dass er dort auch irgendwie leer läuft, also energetisch leer läuft. Und dann kommt die Einsicht, dass Nähe und Distanz sehr wichtig ist, um Menschen zu entwickeln. Man kommt zurück, arbeitet mit Nähe und Distanz, aber das Unbequeme für die anderen bringt die dazu, ihren Widerstand so aufzubauen, dass der Veränderungswille einschläft. Und das wäre die Unterscheidung für die nächste Woche. Überlegen Sie mal, wo Sie schon mal was verändert haben und wo der Veränderungswille durch das Umfeld wieder Sie dazu gebracht hat, dass es mehr oder weniger eingeschlafen ist. Und wenn Sie jetzt was gezielt verändern, was immer das ist, das Einfluss hat aus dem Umfeld, dann rechnen Sie damit, dass es lange braucht, bis das Umfeld okay sagt. Und hier können wir von großen Persönlichkeiten wie zum Beispiel Gandhi lernen. Haben Sie natürlich schon gehört. Ich werde Indien gewaltlos befreien. Das ist wirklich eine Vision. Ich werde Indien gewaltlos befreien. Und er hat mal gesagt, zuerst wirst du ignoriert, dann belächelt, dann bekämpfst, dann wirst du bekämpft, bekämpft und dann gewinnst du. Das heißt also, erstmal wird vielleicht ihre Veränderung ignoriert und dann vielleicht auch ein bisschen belächelt und dann vielleicht ein bisschen bekämpft auch. Und dann setzt sich die Veränderung durch und sie wird völlig zu normal und ist jetzt wieder dieser Ausgleich zwischen den Menschen und wird praktisch zum Gesetz bis zur nächsten Veränderung. Nun, wenn Sie veränderungsbereit sind, heißt es noch lange nicht, dass Sie die Kraft haben, es da draußen auch zur Realität zu bringen, diese Veränderung. Seien Sie sich dessen immer bewusst. Ja, und für die nächste Woche probieren Sie es mal aus oder reflektieren Sie aus der Vergangenheit und lernen Sie daraus. Ich hoffe, es war für Sie etwas dabei. Wie immer eine große Freude, das für Sie zu machen. Wir alle hier haben da Spaß dran. An Ihren Rückmeldungen, bitte empfehlen Sie uns weiter, liken Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es da heißt, Grundsgründe. Bis dahin, alles Gute. Danke.